Ola de Martorell. Etwa eine halbe Stunde Fahrzeit von Barcelona entfernt liegt Martorell, die Seat-Geburtsstadt. Wir stehen hier vor dem niegelnagelneuen Hauptquartier der Seat-Tochtermarke Cubra. Heute öffnen die Spanier nicht nur zum ersten Mal ihre Porten für die Öffentlichkeit, sondern haben auch eine Weltpremiere am Start. Der erste Cubra Leon. Das Medieninteresse am ersten Cubra Leon ist riesig. Die wichtigsten Fakten. Es wird zwei Karosserie-Varianten geben, den Fünftürer und den Sporttürer. Die Benzinaggregate leisten von 245 bis 310 PS. Wobei die stärkste Variante dem Sporttourer mit Fordrive vorbehalten ist. Außerdem wird erstmals eine Plug-in-Hybrid-Variante mit 245 PS Systemleistung zum Einsatz kommen. Die Spanier haben heute zwei Varianten enthüllt. Einmal den Hatchback mit Plug-in-Hybrid-Antrieb und den Sporttourer. Beide Varianten heben sich deutlich vom Design vom kürzlich präsentierten Seat Leon der vierten Generation ab. Aber auch die Performance hat zugelegt. Mehr Leistung, strafferes Fahrwerk und ein deutlich verbessertes DSG. Mir gefällt besonders das Heckgut mit dem Spoiler-Petten-Cuba-Logo und der vierflutigen Auspuffanlage. Der Kraftprotz wird auf der Straße bestimmt ein Eyecatcher sein. Und viele werden sich wünschen, auch direkt am Fahrrad ins Platz nehmen zu können. Wer das schon gemacht hat und wen wir jetzt befragen, ist Matthias Ekström. Hi Matthias, nice to meet you. Hi Matthias, wir haben gehört, du warst an der Abstimmung des Cupra Leon beteiligt. Was hast du genau gemacht? Bist du zufrieden? Wir haben einiges gemacht. Als das finale Setup des Cupra Leon besprochen wurde, habe ich mein Feedback zu Lenkung, Dämpfern und Getriebe gegeben. Wir haben die Ideen gebündelt. Ich bin gespannt, was du sagst, wenn du ihn fährst. Ich habe die Unterschiede gespürt. Die Abstimmung ist wirklich sportlich und direkt, vor allem natürlich im Cupra-Modus. Da spürt man besonders, dass da Rennfahrer ihre Finger im Spiel hatten. Gemeinsam mit dem spanischen Rennfahrer Jordi Genet ist Matthias als Cupra-Botschafter an der Entwicklung des Serienfahrzeugs beteiligt. Außerdem werden die beiden zusammen in der neu gegründeten Pure ETCR, der ersten reinelektrischen Tourenwagenmeisterschaft, für Cupra an den Start gehen. Für Matthias ist es aufregend, selbst ein Teil des Cupra-Teams zu sein. Das ganze Team ist mit Leidenschaft dabei. Wenn man Leute hat, die für etwas einstehen und ihnen die Möglichkeit gibt, etwas zu verändern, dann kann Großes dabei herauskommen. Eine Menge engagierter Leute, die zusammen etwas erreichen wollen. Wenn ich dazu beitragen kann, dann freut mich das natürlich besonders. Wir betreuen die ECTR-Projekte. Dann wird es Kundenevents geben, an denen wir teilnehmen. Wir helfen bei der Entwicklung der Serienmodelle und schließen neue Kooperationen mit der Industrie. Da kann ich meine 20-jährige Rennsporterfahrung optimal einbringen. Du hast gerade schon die Pure ETCR-Rennserie, die erste reinelektrische Tourenwagenmeisterschaft, angesprochen. Heute wurde auch der E-Racer vorgestellt. Gehen wir mal rüber und schauen ihn uns an. Der Wagen ist so neu, du musst sogar aufpassen, wenn ihn anfasst, denn ich glaube, der Lack ist noch nicht einmal trocken. Kleiner Scherz, natürlich ist er trocken. Ich kann dir aber gerade gar nicht sagen, wie sich das Auto fährt. Der ist so neu, wir waren noch nicht einmal auf dem Track mit ihm. Den Vorgänger kenne ich gut und wir haben alle bisherigen Erfahrungen in das neue Modell gesteckt. Ich kann den Tag, an dem wir endlich mit den Tests starten und ich das erste Mal Gas geben darf, nicht erwarten. Wir haben hier vier Flexmotoren und damit rund 680 PS und fast 1000 Newtonmeter maximales Drehmoment. Er macht 0 auf 100 in 3,2 Sekunden, 0 auf 200 in 8,2 Sekunden. Die Topspeed liegt bei 270 Kilometer pro Stunde. Das Auto ist definitiv schnell genug. Was mir an der Aerodynamik richtig gut gefällt, ist, wie wir es geschafft haben, Downforce für mehr Grip zu bekommen und gleichzeitig den Verbrauch zu senken durch weniger Luftwiderstand. Das gefällt mir am Design schon ziemlich gut. Wenn er so schnell fährt, wie er aussieht, dann werden wir sicherlich sehr, sehr schnell sein. Elektroantrieb wird im Rennsport immer wichtiger. Was ist deine Meinung dazu? Ich glaube, daran sollten wir uns alle langsam gewöhnen. Du kannst vielleicht noch versuchen, es zu ignorieren, aber es kommt ganz sicher. Der Elektroantrieb ist nun einmal eines der großen Antriebssysteme. Es gibt den klassischen Verbrenner, Hybridantriebe und eben voll elektrisch. Ich sage ja immer, ich bin mit der Zukunft verheiratet, aber stolz auf die Vergangenheit. Okay, der Sound ist nicht so großartig, aber dann musst du ihnen irgendetwas anderes liefern, was sie gut finden. Ich arbeite hart daran, den Leuten die Elektroautos schmackhaft zu machen. Ihr alle da draußen, probiert es wenigstens einmal aus, bevor ihr Nein, Danke sagt. Der Cupra Leon Plug-in Hybrid wird das erste Hybrid-Modell von Cupra sein. Über die Highlights sprechen wir jetzt mit Oskar de Pedro, mitverantwortlich bei Cupra für die Leon-Baureihe. Hallo. Hallo, nice to meet you. Hi Oskar, was sind die Highlights vom Plug-in Hybrid? Das ist der allererste Cupra Plug-in Hybrid. Die Systemleistung beträgt 180 Kilowatt. Wir haben speziell für den Plug-in Hybrid diese Aero-Felgen-Designs. In Zukunft werden die auch optional für die anderen Versionen erhältlich sein. Am Heck haben wir die kupferfarbenen Endrohre. Diese Ausführung bieten wir speziell für den Plug-in Hybrid an. Lass uns noch über die Änderungen zum kürzlich präsentierten Seat Leon sprechen. Die vierte Generation wurde ja erst vor kurzem vorgestellt. Was sind die größten Änderungen? Wir haben die Front und das Heck komplett überarbeitet. Die Schweller an den Seiten sind neu und es gibt eigene Cupra-Räder. Im Innenraum haben wir neue Sitze und eine eigene Farbgestaltung installiert. Unsere Markenfarbe Kupfer ist auch hier allgegenwärtig. Das ist ein komplett anderes Auto als der Seat Leon. Wenn du ihn testen wirst, dann wirst du merken, wie präzise sich das Auto fährt, dank des größeren Radstands und der adaptiven Fahrwerksregelung DCC. Der Cupra Leon liegt außerdem bis zu 2,5 Zentimeter tiefer als der Serien Leon. Und das alles trägt zum tollen Fahrerlebnis bei. Dürfen wir uns auf einen Cupra Leon R freuen? Oh, warten wir es ab. Natürlich machen wir uns Gedanken, aber dazu später mehr. Wie wichtig wird der Leon für die junge Marke Cupra? Unser CEO Wayne Griffith hat die aktuellen Zahlen gerade vorgestellt. Vom Leon Cupra haben wir 25.000, insgesamt sogar 40.000 Autos verkauft. Wir stellen uns in Zukunft sogar noch viel mehr vor. Wir wollen die Cupra-Verkäufe verdoppeln und der Leon wird daran den größten Anteil haben. Wir glauben, dass wir die aktuellen Zahlen verdoppeln können. Noch vor zwei Jahren gab es einige Menschen, die an einem Erfolg von Cupra gezweifelt haben. Aber die Zweifler sind heute still geworden. Denn der Erfolg gibt in Spanien ein Recht. Allein 10.000 verkaufte Cupra Ateca und zahlreiche interessante Kooperationen mit Lampenherstellern, Designern und allen voran dem ab FC Barcelona. Brandaktuell eine Zusage an der ersten rein elektrischen Tourenwagenmeisterschaft Pure ETCR. Pünktlich zum zweiten Geburtstag feiert die junge Performance-Marke die Einweihung ihres neuen Firmensitzes. Das Gebäude, das an einen Paddock auf einer Rennstrecke erinnert, wurde in nur zehn Monaten Bauzeit fertiggestellt. In dem 2400 Quadratmeter großen Gebäude sind die 200 Cupra-Mitarbeiter untergebracht. Außerdem wird es in dem modern gestalteten Ambiente Platz für Veranstaltungen geben. Design ist ja ein großes Thema und nicht nur bei den Modellen, sondern auch im ganzen Cupra-Lifestyle. Auch hier im Gebäude finden sich einige Design-Elemente, die man in den Autos wiederfindet. Stimmt das wirklich? Wir fragen jemanden, der es weiß. Francesca Sangali ist Designerin bei Cupra. Hallo Francesca. Hallo Francesca. Es kommt mir so vor, als gibt es gewisse Design-Elemente hier im Gebäude, die man in den Autos wiederfindet. Stimmt das? Ja, das stimmt auf jeden Fall. Die Cupra-DNA ist auf vieles übertragbar. Natürlich bauen wir in erster Linie Autos, aber es gibt auch einen speziellen Cupra-Lifestyle. Cupra hat eine eigene DNA, die wir in die gesamte Umgebung, in der unsere Autos sind, integrieren wollen. Typisch dafür ist der Kupferton, den du in vielen Details an den Autos siehst und auch im gesamten Headquarter. Dann sind es auf jeden Fall die dunklen, eher kräftigen Farbtöne. Wo findet sich die DNA im neuen Cupra-Léon wieder? Ganz klar, in der Kombination aus Sportlichkeit und Eleganz. In vielen Details im Exterieur und Interieur lässt sich die Sportlichkeit erkennen. Zum Beispiel an der markanten Frontstürze mit den dominanten Lufteinlässen. Oder der symmetrische Grill, der das Logo sehr gut integriert. Am Heck ist es die Auspuffanlage. Die exklusiven Matt-Lackierungen sorgen für die richtige Mischung aus Sportlichkeit und Eleganz. Der erste Auftritt des neuen Cupra-Léon ist gelungen. Bleibt abzuwarten, wie sich der King of Leons auf der Straße schlägt und was er kostet. Der erste Auftritt des neuen Cupra-Läon ist gelungen. Derft Changsenz Die Auspuffanlage